So, liebe Freunde, wir sind heute auf der Bread and Butter, ja, das ist ja eine Modemesse und die Modemessen sind bekannt für die neuesten Trends und wir haben einen coolen Trend entdeckt im Internet, ja, Planking. Katy Perry macht's, Justin Bieber macht's auch und wir machen's heute auch, Extreme Planking auf der Bread and Butter. Planking, keine Ahnung. Plankings? No, I don't know. Planking, vielleicht vom Planke, Leitplanke. Es gibt genau fünf Regeln beim Planking. Regel Nummer 1. Ihr müsst euch mit dem Gesicht nach unten legen und das Gesicht muss dabei völlig ausdruckslos bleiben. Regel Nummer 2. Die Beine müssen bis zu den Zehen durchgestreckt bleiben. Regel Nummer 3. Die Arme, Hände und Finger müssen am Körper angelegt sein. Regel Nummer 4. Du musst vorher bekannt geben, dass du jetzt plankst. Zum Beispiel sagst du, I'm planking. Und last but not least Regel Nummer 5. Safety first. Achte immer darauf, dass du dich nicht in Gefahr begibst und bringe auch keine anderen Leute in Gefahr. Das ist der Car Prank. Ey, warst du mit? Ja. Ja. Das ist der Schaukenplank. Safety first. Aber die Jungereier. Boah. Das hier ist der Inselprank. Ey, und hier ist ein Tierblank. Boah. 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 Ihr wisst jetzt, wie man plankt. Now it's your turn. Kommentieren, Freunde. Abonnieren. Wir klicken zum Nachricht schicken. Plank you guys.